was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten folge von resident evil 3 den remake so wir müssen das krankenzimmer jetzt verlassen hier sind noch ein paar sachen vielen dank für den support der letzten folge ist auch dieselbe wie die oder nicht geht 19 die 18 bisher die nehmen wir nicht ich denke mal den brauchen wir auch nicht mehr den lassen wir mal schauen wir mal was jetzt alles passiert ist bis wir wach wurden das war carlos er hat dich hergetragen und selbst behandelt verrückter kerl wo ist er wieder los bart hat impfstoff im keller hoffnungsschimmer für die stadt ok ich werde ihm nachgehen hat er hat es nicht gehört die jagen die ganze stadt in die luft ich versuche jemanden zu erreichen der in der lage ist das zu stoppen überlassen dass er ist profi ich auch ich kann dich wohl nicht davon abnehmen die lagerung sein lage ist tief unter diesem krankhaus was ja auch festgestellt hat den hier gesehen haben wir die ganze zeit nicht gemacht also ich hier könnte es ja schlecht machen ist ja logisch ok ab in den keller jetzt zur keller party wird sich freuen wie kommen wir denn in den keller das ist eine gute frage schloss einfaches schloss mit den dietrich können wir allerdings die sache öffnen die wir vorher nicht offenen konnten offenen gründen wir haben zwar keine mac aber egal davon lassen wir uns nicht wie irren zur kelleranlage zur kelleranlage muss ich denn einmal rum hier entlang warum kann man da nicht rein da kann man doch rein warum wird es nur rot angezeigt das sieht mir nach nikolais werk aus ok ok nur kurz test hier nice mehr raus und dann recht oder doch recht lang wenn 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 kann es ja noch nicht mehr zwei sekunden ohne scheiß karte leben wow habe ich doch schlau meyerin nice was ist hinter tor c noch mehr exklusive granaten das ist ein zeichen wenn das ist ein zeichen wenn aop müssen wir nicht hin lassen irgendwie gucken hier zwischen kommen wir nicht aber ich kann da entlang aber da geht es nur nach unten oben wie kommen wir nach unten muss ja hier irgendwo sein muss ja hier irgendwo sein den ganzen weg wieder zurück klatschen ja dies mussten wir dann halt machen die schichten kommen ist mir immer noch ein rätsel normalerweise gelöst werden aber ach ja stimmt hier war ja so ein schloss vor jetzt ich erinnere mich süß auf jeden fall hier ab in den keller würde ich auch sagen dass das der weg nach unten ist so back in business von den toten auferstanden geht es hier direkt mal weiter kann ich ja nicht sagen ein bisschen kraut boah ich habe nur noch gar nichts zum heilen wer braucht schon was zum heilen wenn man kranatwerfer hat ok ist hier 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 ich hier im der hier 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 leben hier Nein. Alright, das ist doch mal so. Oh, noch eine gute Tasche. Sehr schön. So ist zu. Ich gehe wieder an Beobachtung. Ah! Nur wo lang? Ja, Mahlzeit. Ich gebe zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Das brauchen wir erstmal Sicherung. GG. Ich ziehe auch was vor. Aber ich kann hier unten. Hä? Was soll ich jetzt machen? Achso, jetzt geht das Ding. Das kommt mir so bekannt vor. Ist das bei Resistence so? Ist das nicht ein Level davon? Drei Sicherungen brauche ich. Das ist süß. Oh, das soll ich erst mal heiß. Okay. Alles klar. Okay. Eine Sackgasse. Moment, Moment. Man muss hier reinquetschen. Moment. Moment. Okay, das war jetzt sinnfrei. Okay. Okay. Oh stimmt, Flinte könnten wir auch nochmal benutzen. So jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Wollen wir jetzt zwei Echsen? Das war jetzt einfach ein Anzeigefehler. Okay. Okay. Oh shit. Das heißt, ich habe... Versorgung Nummer zwei. Ob sie eben über zehn? Er weiß das schon. Immer dieses Suchen. Na stimmt, das hat schon Sinn gegeben. Jetzt käme ich ja gar nicht hier hin. Nee. Du warst ja auch schon. Was ich einfach beinahe übersehen hätte. Nice. Okay. Was ich nicht verstehe, wie soll es jetzt weiter gehen, Leute? Ja. 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 Okay. Was ist das? Irgendetwas Gruseliges ist da dritten. Und ich könnte wetten, wenn ich die Sicherung rausnehme. Oh fuck, ich hab das geschaffen. Was ist das? Nice. Alles nachgeladen. Ich glaub, hier kommt was Ekliges. Nice. Nice. So. tja so, wo war das mit den Sicherungen, Lichtschalter, nee, Lichtschalter, Lichtschalter okay hier war glaube ich zu, na ja sollte funktionieren das sollte funktionieren das ist dann hier auch so okay dürften alle tot sein da jetzt kommen wir wieder hoch Stimmt, er war ja hier. Okay, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Support ist kein Mord. Ihr wisst ja, das läuft. Lasst gerne Bewertungen, das würde mich freuen. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, damit ihr nicht mehr verpasst, bis zur nächsten Folge. Haut rein!